So, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Samstag. Es ist 18 Uhr und es gibt die nächste Folge und die letzte Folge für heute. Morgen gibt es auch die nächsten drei. Ja, und ich habe 2400 Euro und ich überlege gerade, was ich machen soll. Was ich upgraden soll. Habe ich Probleme noch mit diesem Essen? Eigentlich nicht mehr wirklich. Habe ich damit noch Probleme? Ja, habe ich eigentlich noch. Ähm, okay. Das braucht eh kein Mensch. Das brauche ich aber. Jetzt habe ich noch 800 Münzen. Ich könnte natürlich noch irgendwas ausgeben, aber ich glaube, das gibt jetzt nicht wirklich viel Sinn. Ah, okay, ja gut. Ähm. Ja, Münzzahl ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Das, das, da laufe ich eh nie lang, deswegen. Äh, jetzt kann ich eigentlich nur noch das hier upgraden. Fünf Objekte, aber das braucht eh kein Mensch, also. Also, das Einzige, was ich jetzt noch upgraden kann, das ist fünf. Und wo habe ich eigentlich Probleme? Ich habe bei den Orangen Probleme. Und bei den Bananen. Ja. Genau. Ähm. Dann. So, Tag 18. Alles klar, ein neuer Ball. Alles klar. Eine Banane. So. Ach nee, muss ich den Kack jetzt wieder einsammeln, oder was? Ähm. Und jetzt in den Müll, oder was? Ja, super. Das heißt, davon, davon und davon. Und davon noch. Hä, wo muss ich denn den Ball wieder hinbringen? Okay, das heißt, äh, das, das und das. Kann ich den nicht einfach in die Tonne werfen? Hä? Ach so, okay. Ja, gut, dann gibt es jetzt auch Sinn. Dann. Zwei Fische. Und davon. Das heißt. Ähm, jetzt brauchen wir noch das da. Das da. Das da. Und das da. Äh, dann den bringen wir erstmal. Dann das, das und das. Dann einmal Fleisch. Dann auch noch das und das. Okay, dann heißt, wir brauchen jetzt doch das da. Bringen wir das dem. Dann das. Das, 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 das. Und dem das noch. Hä? Da habe ich auch eben gerade schon draufgeklickt. Egal. Ist auch egal. So, das heißt, jetzt ein Wassereimer. Eine Gießkanne dem. Ein Wassereimer. Und eine Banane dem noch bringen. Dann noch einen Wassereimer dem bringen. Okay. Einfach. Dann noch zwei Fische hier. Dann zweimal Müll mitnehmen. Äh, das ist recht einfach. So, dann davon. Dann das. Und das. Dann... Eine Wasser. Und ein davon. Dann, ähm... Dann zwei davon. Und jetzt davon noch eine Gießkanne. Und den Müll mitnehmen. Und den da rein. Dann holen wir davon noch. Und wir dann davon. Dann holen wir den Ball. Dann holen wir zwei davon. Und ein Fisch. Äh, dann holen wir... Davon ein. Davon ein. Und davon ein. Ähm, wir müssen tatsächlich davon nachfordern. Eine Gießkanne noch. Noch ausliefern. Dann... Davon noch. Und davon noch. Äh, dann zwei Gießkannen. Dann davon. Dann davon. Davon. Und davon. Und davon. Okay. Ja, das ist eigentlich recht einfach jetzt. So, das bringen wir dann da hin. Dann haben wir noch einen Wassereimer. Zwei Wassereimer. Und davon. Dann bringen wir den zum Schlafen. Bringen wir dem hier noch einen Wassereimer. Nehmen den Müll mit. Bringen den Müll weg. Und dann bringen wir dem sein Wasser einmal. Okay. Und dann bringen wir den... Geben wir den noch schlafen. Ey, lol. Die gehen ja schon alle schlafen. Was ist mit denen los? Dann noch Trackel. Okay. Dann nehmen wir davon noch Müll mit. Bringen den das auch noch schnell. Es sollte vielleicht ein bisschen mehr organisieren. Aber das geht eigentlich voll. Experte. Lol, und ich hab doch ultra viel Zeit. Ist ja mal witzig. Ah. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah so, da ist noch was. Dann geht der weiterhin schlecht schlafen, oder? Okay, da wird auch noch eine Banane. Hä? Ja, klar, okay. Und jetzt muss... Dann... Alter, was... Als ob der noch was will. Junge. Alter, jetzt... Übertreibt doch nicht. Ja, jetzt endlich, Mann. Alter. Junge, was ist mit dem los? Ah, es war mit dem los. Ah, ja, gut. Jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viel ich... Obwohl ich collected habe. 2400, okay. Äh, 2500 tatsächlich. Okay, fortsetzen. Tag 19, okay. Wir sind nicht rum, oder so. Weiß ich, dann wechselt wahrscheinlich die Welt, oder so. Keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, also mir macht das auch langsam keinen Spaß mehr, das hier... Äh, wirklich aufzunehmen, weil das ist halt immer das Gleiche, und das... Ja... Also ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich werde halt die nächsten drei Teile noch aufnehmen. Danach kommt ja eh erstmal was anderes. Und dann vielleicht... Also ich werde dann mit Mindtest-Lua-Programmierung anfangen. Was ist das hier? Der neue Trockner kann vier Fische fassen. Warum kann man nicht den Ball upgraden? Das ist kacke, Mann. Das ist echt doof. So. Haben wir 2500? Ja. Boah, ich weiß jetzt halt nicht, was ich jetzt upgraden soll. Also, weil... Wo ist denn da ein neues Gehege? Da kommt doch kein Gehege mehr hinzu, oder? Da kommen jetzt nur noch ein paar Sachen hinzu. Äh, ja. Ich weiß jetzt nicht. Also... Ich habe jetzt halt noch 1900. Soll ich das jetzt sparen, oder soll ich das lieber... Kann fünf Stücke fassen. Da tatsächlich sollte ich vielleicht upgraden. Weil... Fünf Stücke... Nimmt öfter Früchte. 900... Euro, nee, ich glaube... Kann fünf Stücke fassen. Ähm... Also, halt fast schon alles abgegratet. Ich habe ja noch 300 Euro. Das bringt jetzt nichts, das dann auch irgendwo reinzustecken. Ich könnte jetzt natürlich theoretisch hier... Aber das bringt es jetzt nicht wirklich. Deswegen würde ich sagen, spielen wir nochmal eine Runde. Oh, meine Finger tun schon weh. Neuer Gegenstand. Toll. Ja, toll. Ähm... Und dem das bringen. Dann noch eine Banane. Und davon... Dann davon... Äh... Dem das bringen. Dann nehmen wir den Ball mit. Bring den da hinten hin. Dann... Ne, keine zwei Bananen. Äh... Wir haben jetzt eine Banane. Und das da. Äh... Das heißt, wir nehmen den weg. Und wir haben... Zwei Fische. Und davon noch eins. Hält zwei Fische. Und davon noch eins. Und jetzt haben wir... Muss da noch eine Banane hin. Da noch eine Banane. Das. Und das. Und das. Äh... Da noch hin. Dann das. Und das. So, das heißt, ich würde sagen, wir gehen dann einmal rum. Okay. Aber jetzt 500, okay. Wir müssen schaffen 2000 oder sowas. Und ich habe ein Viertel der Zeit rum. Das geht doch voll klar. So. Okay, noch ein Wassereimer. Ein Besen, okay. 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 Fleisch. Das. Eine Banane. Fleisch. Das. Und eine Banane. Dann davon zwei. Davon zwei. Und davon zwei. Dann nehmen wir den Müll weg. Bring den weg hier. Dann davon anfordern. Dann davon anfordern. Okay. Jetzt holen wir noch einen Wassereimer. Und eine Gießkanne. Und das hier. Bring dem... Äh... Den Wassereimer und die Gießkanne. Dann nehmen wir den mit. Äh... Nehmen das mit. Bring den wieder da hin. Das heißt, davon jetzt. Dann brauchen wir jetzt noch... Äh... Fisch und eine Gießkanne. Und das. Fisch, Gießkanne und das. Dann Fleisch. Das und das. Das und eine Banane. Okay, was brauchen wir denn jetzt noch? Das hier erstmal. Dann das. Das. Und das da und das da noch. Das, das. Das da und das da. Dann zwei Magieskanne. Ein Fisch. Dann nehmen wir den Müll weg. Bring den direkt weg. Dann einmal Fisch. Einmal das. Und nochmal das. Ja, gut. Ähm... Neen Wassereimer und das hier. Bringen wir dem vorbei. Dann haben wir jetzt noch einmal das hier. Zwei Wassereimer. Das hier. Das da. Dann noch ein Wassereimer. Das hier nehmen wir direkt auch mit. Dann das und... Das hier. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Wassereimer. Äh... Äh... Darf man noch einen mitnehmen? Dann noch eine Banane und das hier. Äh... Dann noch eine Banane tatsächlich. Dann brauchen wir tatsächlich... Ähm... Jetzt noch den Ball holen wir erstmal mit. Dann nehmen wir das mit. Schmeißt es da rein. Dann nehmen wir den Ball. Dann nehmen wir das da. Das da. Jetzt brauchen wir noch das. Zwei Mal davon. Hä? Jetzt sammle ich so viel Müll ein. Davon. Das bringen wir erstmal dem da. Dann nehmen wir den mit. Dann nehmen wir den Ball mit. Bring den schlafen. Bring den schlafen. Nehmen das und das. Und dann bringen wir den Ball dahin. Dann nehmen wir das hier und bringen den dahin. So. Das heißt, dann nehme ich noch den Müll mit. Bring den direkt da hin. Nehmen das mit. Und das da hin. Dann das und das. Bring mich direkt hier ausliefern. So. Sieben. Dann noch eine Banane. Dann nehmen wir den Ball. Okay. Dann legen wir den schlafen schon mal. Bringen wir den weg. Dann brauchen wir eine Gießkanne. Und zweimal schlafen. Okay. Tag 19 abgeschlossen. Okay. Dann. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme an der Stelle beenden soll. Aber noch eine. Noch einmal. Wird es glaube ich nicht bringen. Das ist. Das seht ihr dann morgen um 12 Uhr. Wie ich weiter spiele. Und ja. Also ich habe jetzt 3100 fortsetzen. Spielen. Tag 20. Okay. Das ist der letzte Tag. Ähm. Ja. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas upgraden kann noch in dieser Folge. Äh. 3100. Jetzt ist halt die Frage, was soll ich noch upgraden. Das ist halt. Da ist jetzt nicht wirklich was, was ich noch brauche. Fünf Sachen halt vielleicht. Das ist jetzt das einzigste. Jetzt habe ich noch 1600. Das kann ich jetzt für irgendeinen Stoß rausschmeißen, weil. Was ich eh nicht brauchen werde. Soweitlich könnte ich den Affe. Oder. Ja. Okay. Was mache ich? Was brauche ich? Der Affe sollte vielleicht noch ein paar Mal mehr bringen. Da muss ich tatsächlich. Und jetzt habe ich noch 700. Ja. Keine Ahnung. Warte. Wenn ich jetzt zurückgehe. So. Wenn ich jetzt zurückgehe. Und jetzt. Ja. Okay. Wir haben immer noch 700. Und wenn wir jetzt spielen klicken. Können wir dann nochmal verbessern oder sind wir direkt im Spiel drin? Ich weiß es gar nicht. Okay. Wir können nochmal verbessern. Aber gut. Ja. Dann. Gehen wir zurück. Hier. Okay. Ich glaube danach kommt irgendeine andere Welt. Aber das ist dann immer eh das gleiche. Also es ist immer das gleiche. Das heißt morgen würde ich sagen mache ich die letzten drei Parts. Kommen die letzten drei Parts. Dieses Folge. Jetzt geht es halt noch Wasser weg. Und exotische Tropen. Aber. Also. Mir macht halt eigentlich auch keinen Spaß mehr. Weil das ist. Ja. Ist halt langweilig. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Ja. Und dann danke fürs Zusehen. Und. Ich hoffe wir sehen uns morgen wieder. Und dann danke fürs Zusehen. Und. Tschüss. 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 Vielen Dank.